So, wir machen jetzt mit Trinity weiter, das sind jetzt quasi die letzten sechs Wochen haben wir glaube ich oder sowas, müssten wir es haben, das heißt es sind circa sechs Stunden Aufnahme, wie mal Daumen, dann ist das DLC auch abgeschlossen, jetzt weiß ich was ich wieder gucken wollte. Nein, das ist Stream Elements, so wir machen jetzt mit Trinity weiter, wir haben einen neuen, ja ihr kennt den Raum ja im Endeffekt schon, deswegen ist der jetzt nicht wirklich neu und wir machen das so, wie wir es bei den anderen auch gemacht haben, das heißt wir skippen den ersten Tag direkt und ich weiß gar nicht, wie viele Wochen haben wir denn, Colorful ist übrigens unser Sponsor der Zeit, wir haben in einer Woche, in drei Wochen haben wir, drei Wochen. So, so E-Mail. Wir haben beseitigend 16 GB RAM, wie viel Budget haben wir denn 16.000? Stellen wir das doch mal, so, Speicherhersteller, Titan XL brauchen wir, das ist der hier. Und das sieht er aus, aber, dass wir das haben, das ist auch kein Problem, aber das, das gibt glaube ich, wir haben keinen. nicht 250 watt nein das wird direkt ersetzt haben wir denn für den m2 drinnen 256 patrott und jetzt einmal direkt erst mal ein anderes rein das ist der katastrophe und direkt auf 800 aber ich glaube jetzt habe ich nur drei leute speicher festplatte ja ich ist das jetzt genau die sc das ist die hier wenn das wasser bot muss man ja auch ersetzen gaming 3 so dann müsste das eigentlich hier oben sein das ist das hier case lüfter und was noch ein gehäuse lüfter 2600 x md ach gehäuse ich habe falsch geguckt ich muss unter lüfter gucken war doch kurser dann immer am besten irgendwas mit rgb ich habe es denn machen wir mal ein paar teile mit so was haben wir hier empfohlene hardware ich weiß ja nicht mal was du drinnen hast okay was was dann bestimmen direkt erst mal gucken mal direkt hier was wir hier und jetzt waren dann zocker empfohlen 8 gb ram das heißt dann kann ich den direkt schon mal doppelt bestellen wo ist er jetzt schon mal zweimal bauraum 1000 was hat die für eine cpu drin vor allem was hast du für ein board 1700 die msi weiß ich nicht ob die reicht aber wir werden definitiv noch vier von dem bestellen das ist mir zu doof mit einer normalen festplatte zu arbeiten so wischte v konto eingeloggt anderes wort für twitch ich möchte direkt eine andere cpu 2600 x habe ich die direkt im shop hier habe ich direkt da drin das ist schon mal gut und das schon mal erledigt ja das ist die sagen ich immer die ist am kasse die frau die bläde weltfreude ist so einfach gerade sie sieht nachher auch warum warum die einfach so krass ist einfach das hat die die einer der besten von den leuten hier wie mehr habe ich hier nicht denn es sind nur zwei leute bin doch dann bei drei okay ich habe jetzt kein termin nach was mal doch das von sascha ist heute shop immer wieder verschiedene farben auch hier haben wir auch wieder verschiedene farben so was ist das hier platine muss auch aus das ganze gehäuse muss raus ist so ein ding was ich überhaupt nicht mag was war denn raus denn auch aus der kann auch aus habe ich das nicht schon ausgeschmissen habe ich 600 da sollte eigentlich reichen so speicher noch ein hat die 16 gb hat sie drin er hat sie nicht drei jetzt ist aber drin ist der kühlung die grafikkarte jetzt habe ich vergessen die festplatte einzubauen ja das ist ein problem die wieder raus die grafikkarte ist natürlich direkt dazwischen ist der nämlich schon mal am lauf und so der pc was haben wir ihn hier falsch rum übrigens funktioniert das nicht 1700 drin das sollte eigentlich passen in dem auch mal draus hier festplatte speicher nein das durch nicht jetzt plötzlich haben drauf prozessor kühlung so haben wir dann jetzt alles stopp 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 haben wir nicht haben wir nicht damit nicht ich habe noch was vergessen aus dem finanzteil drin auch 250 werden leute warum das war erst mal festplatte wechseln so den auch mal raus wenn ich mal ein prozessor kühler drin möchte noch ein ich habe kein verdammt warte mal die hatte doch schon 8 gb drin ne lassen wir die auch drin 8 gb das war noch zeiten 8 gb arbeitsspeicher obwohl hatte ich eigentlich auch nie ich habe direkt nach dem ersten upgrade direkt auf 16 hoch immer noch ein prozessor kühler habe ich keine kühlung da erst gibt es doch gar nicht wir sind billigen lüfter hier so kommen wir mal zu deinem pc einmal alles installieren so das sieht soweit glaube ich ganz gut aus machen wir den hier dann kann man testen wie weit er frisst ja das ist klar weil ich habe kein stick reingepackt deswegen kann das auch nicht funktionieren dann ist der aufwärtssicht da gucken wir gleich dort bei deinem pc müller rein gehäuse lüfter braucht man auch unser denn hier gehäuse lüfter was zwar noch nicht wo ich den einbauen kann es ist zumindest der gehäuse lüfter wird die festplatte bei dir eingebaut ja habe ich warum für ach ich hab das netz da nicht dran bin ich wundere mich gerade schon warum denn die startet das ist aber dann den noch ein an den starten so den rüberswitchen was ist jetzt bei dir noch wenn wir dieses octt haben will ja dann ist fertig ne ja ach so warte mal stopp muss bei dir noch das dickelchen drauf machen so fertig jetzt habe ich noch ein fehlendes kabel der gehäuse lüfter ist nicht angeschlossen ich kriege den nicht auf das board angeschlossen dein ernst das board ist scheiße ich sollte mal den stick reinpacken sonst wird das hier nicht ok ist richtig aber noch drei tage zeit machen wir auch mal im tier des sorgers die m2 eingebaut damit das ganze schneller geht von den installationen her ansonsten dauert das einfach viel zu lange bis die sachen fertig sind und ich müsste es dann wieder pausieren und dann erst mal das fertig machen ist jetzt auch nicht so der burner dann deswegen haben wir das jetzt so gemacht so habe ich den jetzt alle ja habe ich wenn ich jetzt drückt erst mal feuer machen welcher pc fällt jetzt noch ja wenn das kabel ich weiß ich kann aber den pc nicht fertig machen ich kann den pc nicht abgeben weil was ist hiermit was hast du denn für den lüfter da drauf ey äh speicher mega fetter lüfter drauf so was ist mit deinem pc was er h 80 was ist das denn ach das ist hier so ein lüfter ok ja dann wir haben doch vier leute und die war ja auch dabei wo haben wir den fest platte zwei drei terabyte so was ist mit dir ja aber neu starten das mit dem pc heute abschließen ja der ist ja fertig ich nur das krieg nur den gehäusern nicht angeschlossen das ist das einzige problem gerade ansonsten ist er fertig so potzester kühlung hey ja jetzt mal gucken dass ich den eingebaut krieg problem gelöst wie waren wir denn überhaupt kommen was was wir es gibt in den tag direkt wieder hinter soweit fertig also kann ich nicht beenden was fehlt denn noch sagen wir nicht das ist der blöde pc wegen dem bei dem blöden kabel dann erst jetzt kann den lüfter nicht anschließen ja wahrscheinlich weil sie da schon einen drinnen hat den habe ich nämlich nicht gesehen was haben wir unser koop vorschlägen redfall das ist für 2023 alter aber hey schön dass du schon mal vorplatz oh manne nein es wird jetzt kein neustart gemacht so der ist auch fertig was ist mit dir die 40 grad hat doch die cpu drüber der pc ist das längst fertig kennt so jetzt haben wir direkt den freitag vor ist das aber eine schnelle woche hier die erste woche wohl ist ja auch nicht so schlimm so kannst du dafür sagen dass man mindestens 16 gigabyte rammert 16 gigabyte was was dann machen wir das anders wir machen direkt bei euch neue partnerschaft und colorful ok grafikkarte hersteller ähm colorful ja für 1000 wollte ich jetzt keine einbauen äh wann ist jetzt doch drei oder vier ich bestelle mal vier so ciao mein erzfeind gehen zurück äh ich glaube ich hätte den dings nicht überspringen sollen warte mal ist egal attakt die cpu auf mindestens 3850 habt ihr einen dachschaden dann machen wir ganz anders amd so dann mache ich das umgekehrt tripper brauche ich nicht ähm ich brauche irgendwas mit 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 3100 hatten der 1 8 4000 machen direkt davon vier stück rein ein verdächtiger grafikarte intinity wallpaper rote kabel installieren weiter abschließen und wir brauchen noch 16 gigabyte speicher äh machen wir auch direkt vier heute an ja ich hab das finde es war spaß und man sollte nicht zu viel überspringen wie es aussieht wenn man sonst die e-mails äh nicht bekommt oder beziehungsweise nicht abschließt was ist das denn für ein pc achso ähm speicher muss das denn hier festplatten da sind neue nachrichten ach ja stimmt du brauchst ein modulares netztal ja ja ansonsten funktioniert das ja nicht äh ähm netztal so das ist nämlich modular mal direkt austauschen kabel rot dann machen wir direkt da andere netztale rein ach du scheiße was habt ihr denn hier gemacht ähm ist der vom blade? nein so es wird sauber so es wird sauber mach schon mal kurz vor 7,8 meine Fresse das gibt es doch gar nicht so kabel rot bringt mir jetzt noch nichts netztal grafikkarte die können alle weg äh nein cola 4 wollte ich nicht verkaufen die müssen eingebaut werden ähm da suche ich nicht speicher ach verdammt ich muss ja noch die cpu austauschen fällt mir da ein ach verdammt ich kann die nicht austauschen das ist doch doof dann brauchst du aber auch definitiv einen anderen kühler kann ich die nicht da drinnen lassen den kühler ähm kriegt dann eine wasserkühlung rein also ein flüssig kühler was soll der denn hier wieder einen flüssig kühler ich wollte die eine für einen kühler haben wo habe ich den denn äh was ist denn dein pc überhaupt gut wie heißt der ähm wo ist er denn jetzt aber was was am meisten anders dann brauche ich nicht muss ich den wieder so ausbauen ne aber was er h80 h80 warum ist das so rum ich den schon übertackten muss dann tauschen wir den komplett aus was ist das was ist das was ist das was ist das das brauche ich nicht ich will den stick eigentlich rausnehmen das kann sogar äh äh keine spezifikation ausführen das geht nicht warum nicht die grafik hat schlecht das ist die cpu einfach zu schlecht das ist das nicht dein ernst dass die einfach zu schlecht ist grafikkarte er hat 68 ach der braucht acht gigabyte vorm nein nicht dein ernst ähm wir gucken mal eben jetzt hier mache ich mal im weg aber auch acht gigabyte vorm verdammt da habe ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt grafikkarte colorful oh bam 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 nein nicht gigabyte colorful ähm vorm mindestens acht da brauche ich nämlich dann drei stück von oder vier ich bin mir nicht sicher kommen wir bestellen vier der fast durch ja so viel dazu dass die folge relativ kurz ist wenn man aber die falsche grafikkarte bestellt dann stehst du direkt da das habe ich nämlich nicht mit beachtet dass ich da hätte gucken müssen prozessor kühlung also 60 gigabyte hast du ja also ja meinst wer was will die haben wie viel 3850 Wollen wir mal, dass das funktioniert. Also, bei dir habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, was ist die falsche, ne? Ich weiß nicht, was ist die falsche. Da habe ich die Stabrundigung noch nicht abgeschlossen. Ich habe doch alles sauber gemacht. Ich weiß nicht, was ist die falsche, die falsche, die falsche, die falsche. Ich weiß nicht, was ist die falsche, die falsche, die falsche, die falsche. Ich weiß nicht, was ist die falsche, die falsche, die falsche, die falsche. Ich weiß nicht, was ist die falsche, die falsche. So, dann ist der auch fertig, weil das dann, sind das nur drei PCs, die wir haben, anschauen. Die Wallpaper füllt noch. Guck mal, guck mal. Ich weiß nicht, was die Ladies jetzt haben. Habe ich denn noch Speicher da? Ja, dann kann ich den nämlich einfach austauschen. Ich muss den jetzt erstmal kaufen, den Monitor. Du jetzt ja unten, lass mich mal kurz gucken. Den muss ich natürlich erstmal kaufen. So, wir haben noch E-Mail, sehe ich gerade. Sieht super aus, danke. Ja, bitte. Wie auch immer. Ich weiß nicht, was ist das jetzt? Monitor, nej, warte mal. Also, ich weiß nicht, was ich nicht. Recht jetzt? Nee, das ist die, die hat ihre Tastatur zerschlagen. Ich habe meine Tastatur kaputt gemacht mit meiner Kantana. Bist du zur Hölle nimmst du eine Kantana mit auf das Ding? So, Hauptlatine. So, ich habe meine Tastatur. 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 So, ich habe meine Tastatur.